ich hoffe dass jetzt mal die runde da klappt wo wurde ich hätte wieder markiert wir sind beim attentäter auch assassine und den hatten der spinne und attetung oder wie auch mit er hat ein täter assassiner ja aber wir sind an der grenze zu spinnen also egal ob man jetzt wir den spinnen man musste sagen auch egal ich habe mal so bei dem attentäter mal vielleicht die chance geruhig gelassen zu werden weil den fahrt keiner machen wir haben einen attentäter das wird feuer ja eigentlich auch nicht so schwer zu machen am anfang ist immer mir egal ob die vögel hören oder laut sind ob man die vögel hört meinst du ob man die vögel hört oder ob man laut ist ob man mich vögeln hört das ist aber noch am anfang jetzt dauert nicht so lange genau ist ganz kurz aber große wirkung ja da ist ein imo da ist ein imo da ist ein imo wo willst du hinlaufen imo ja da ist noch ein freund hinter dir wie war es ja war keine austau mehr so schlagen kann noch mehr hinter mir ja da ist gerade einer so ein zombie hängt auf dem da nachlassen lassen aber den kann man in ruhe lassen da ist der nächste hinweis wenn ich richtig schaue ja sind sogar fast zwei so wie es ausschaut nebeneinander pferde hunde hundemann gut aus alles klammert ja schon dass sie da war dann viel spaß beim was immer jetzt zu zweit macht schwein kam nach ihr hunde wollte sie eigentlich töten auch wenn sie abhauen von mir wir wissen dann was besser für sie ist schwein wir wissen weiter weg ja aber bei mir schon geholt worden der noch nicht bei mir die kann ich jetzt nicht mehr holen weil du sie sind zusammen aneinander da lang wirst du die richtung da nehme ich die brücke da sind hunde und raben natürlich ist klar ich würde dir haben jetzt nicht unbedingt auslesen aber wenn die vorbeilauf dann könnte jetzt gut mit ja gut dass das noch mal sagen ich hab sie gerade übersehen ok da vorne beim hinweis wird gekämpft ja dann ist es gut wenn wir die raben nicht auslösen und jetzt schon wieder hunde wir wohnen die sind hier das war sowieso schon tot war nur ein zombie fährt irgendwo ja irgendwie hinter uns oder so hat er dachte ich auch hat kann ich sagen das wird ja auch hart geschossen wenn wir weiter nach süden gehen sind wir überhaupt noch beim richtigen doch wir sind noch im richtigen boston ok kann ich nicht einsammeln das was da liegt achso weil es ja da ist der handweist oder ja ja fährt hinter mich ja du hast einer ja die sehen halt nicht gerade ich glaub da oder was ist das ne das ist ein zombie ne das ist ein spieler mit fallen und bogen ein priester war das auch ja soll er herkommen weil er denkt er ist es sind zwei ja zwei leute da ist der eine und im wasser genau genau schau nach rechts ja das ist ein anderer ach mensch ja immer der mich mit feilen und bogen einen schuss töten kann ne der der sich getötet hat war auch feilen bogen das hat sich wie ein lauter schuss angehört ja das war ein lauter schuss aber dann stand der killer der priester war das mit feilen bogen ja 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 neuer gegenstand haben wir erhalten okay so so er hätte er so zu sagen an anderen auch noch aber da müsste jetzt einen verkaufen ne ne den können die noch nehmen weil der ein bisschen niedriger vom Level oh den nehm ich jetzt auch ne nenn ich auch was ne kettenpistole ne 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 Es gibt nur die eine Kettenpistole, ne? Ja, glaub schon. Tja, eh man es macht. Oh, jetzt die Runde wird es, sage ich dir. Die vierte Runde ist es. Ah ja. Okay. Findest du nicht? Bist du nicht der Meinung? Ja doch, doch. Aber ich habe gerade was im Internet eingegeben, weil ihr gucken wollt. Weil ich bin ja seit diesen Wochen immer so zufrieden bei der Arbeit. Ja, aber vielleicht ändert es sich ja wieder, oder man weiß es ja nicht. Ja. Habe einfach mal jetzt eingegeben, Jobs, wo man nicht zu viel rechnen muss. Weil ich war noch nie im Kopf rechnen gut, ja. Und dann bei den Links, was ihr gerade habt, da muss ich halt viel rechnen. Ja, und dann gibt der mir IT-Informatiker, denke ich so, der muss auch da hin. Der hat das Programm was rechnet. Ja, teilweise. Ja, aber ich muss es ja vorher einstellen. Ja, ja. Ja, ich muss nicht viel rechnen. Ja, du musst nur Leute bedienen, glaube ich, so wie ich weiß. Oder denk, zu wissen, dass sowas das ist. Ja, also, Projektbudgets müssen wir auch mal aufstellen und abrechnen und machen. Ja, doch. Aber dafür gibt es halt Programme. Da muss ich auch nicht selbst rechnen. Ich weiß, gibt es heutzutage eigentlich überall bloß in meiner Arbeit nicht. Ja. Weiboss, äh, wir haben den ersten Boss in mir, okay. Ja, der Krenmann. Ja. Einfach hier, die Richtung. Ist egal, wo lang. Da einfach hin. Aber ich merke gerade, der Charakter, den ich genommen habe, der hat ja gar nichts. Keine Haftwohnung, gar nichts. Hast du nix ausgerüstet? Nö. Okay. Ich dachte, der hat was. Weil das ist ja mein Level 31er Charakter. Ja. Hast du alles verbraucht letzte Runde mit ihm? Der eigentlich ja. Der hat... Der hat... Dings. Spoiler. Aber da ist ein Hinweis von Dings. Ein Schalthinweis. Also ein Eventpunkt. Ja. Da drüben irgendwo wird hart geschossen. Hart. Ja gut, aber das ist... Nicht bei uns mehr in der Zone. Nicht meine Abteilung. Oh Zombie. Hau ab. Ich will keine hier. Raben. Hm. Hm. Da sind sie. und soll mich krank oder dann geh sterben er wollte hilfe er wollte gehalten spieler ein einziger aber nun in den bischen oder der schätzt in den buchstiergang so der lauf wahrscheinlich so rum jetzt hat er wird wahrscheinlich auch den hinweis geholt haben hat er läuft weg meinst du sehen aber auch nicht mehr konnte sein dass er da weiter geradeaus laufen oder der lauf um den berg er zeigt dass ich auch mal unfreiwillig und halb rosti ich weiß jetzt nicht ob der jetzt hier nur rumchillt ich gehe mal zum hinweis weil der ist hier ja rangelaufen ich schaue mal ob der den hinweis vielleicht schon gemacht hat ich glaube mal ja weil der wahrscheinlich vom hinweis gekommen ist hier sind aber noch zwei hier ist ein gegner der schießt nicht auf mich aber der schießt halt eben ok habe ich doch lieber zu dir passt wie geht es dir denn siehst du wohin er schießt in welche richtung ich habe bloß hier schüsse gehört ich mache schnell den hinweis ja das fährt hier ist auch tot beim hinweis ja er war ja der hinweis ist schon genutzt ich glaube ich höre auch den gegner oder den boss wetter macht du hast die müde es ist bei euch noch so waren hier was voll trans angenehm bei dir man ist dann sommer ist vorbei oder ja wir stehen hier doof wir stehen hier ja aber da drin ist irgendwo der nächste hinweis so rein rennen weg rennen zombie töten ich renne zum hinweis ja das hat ein tolles leben den ganzen tag bis auf gas die runden auf dem sofa verbracht direkt neben uns der boss wo ich mir gedacht habe an dieser kirche wo da geschossen wird dann gehen wir doch dann auch da hin aber nicht rüber klettern verdammt oh raben gehen wir ein bisschen weiter hin und enten ja wäre scheiß egal gewesen was man jetzt ausweicht warte ich trigger jetzt alles einfach genau krass ich kann mir die gar nicht mehr so oft reinschauen du bist immer glaube ich erlaubt jemand außer du online wo ich schon schlafen abgedacht von da hörte ein laufen von der richter so aber der boss wird auch glaube ich schon gemacht so wie es anhört eh neuer mich noch nichts ob rot weiß jetzt ja der warte wird schon gemacht wenn die die schüsse schon ja aber ich bleibe einfach mal hier weil die nämlich nicht getriggert dass ich da bin Ja, aber die Position ist doof, wenn jemand vom... Oh, warst du das? Irgendwas hat mich... Nein. Ich glaube, das hat gerade ein Pfeil in die Wand neben mir eingeschlagen. Und hi, Ellie. Weil, wenn jetzt Leute vom Hinweis kamen, von wo wir waren, sind wir hier ohne Deckung. Ich weiß. Ist aber auch ein Pfeil geflogen gekommen, weil neben mir ist auch ein Pfeil. Ah, okay, ja, genau. Und hinten. Ja, glaube ich. Also von da, von wo wir kamen. Ja, ich habe Schritte. Ja, da kommen welche. Von da. Von da. Ja, ja, ich weiß. Ich höre es. Ja. Ja, ist in dem roten Haus. Hast du erledigt? Ja, der war einzeln. Der war oder ist mit dem Bogen, weil der einen Bogen hat. Ja, okay. Das ist sehr gut. Ellie, wie geht's dir? Aber jetzt haben wir halt uns die Gegner gehört. Ja gut, aber... Aber das kann man sie ja nicht werden, sonst sterben wir. Naja, sie hätten uns auch gehört, wenn sie eh... Also gesehen. War ja schon rot. Der Gegner war eh. Das hätten die sowieso mitbekommen. Die kämpfen aber immer nur gegen den. Ja, oder er müht sich ab und... Oha, von hinten schießt einer mit Pfeil auf mich. Noch einer? Ja, der hat mich getroffen. Der hat mehr Blutung verursacht, der Sack. Ich höre jetzt über... Ja, nee, jetzt kommt der auch noch vor... Da drin auf mich zu. Aus dem Haus? Mit Messer. Ja, aus dem Haus, wo der Boss ist. Okay. Ja, Manni, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist aber glaube ich wieder drin, so wie ich höre, weil ihr habt noch nicht auf Partners zu sehen gehen. Solange höre ich nämlich alles, was um mich als Toter ist noch. Na gut. Oh, bei dir sind 100 Zombies, ey. Wieder... Einer mit Pfeilenbogen oder was soll man überhaupt mit Wasser schießen? Armbrust. Hast du, wurde es aufgehoben? Ja. Ah, jetzt. Die Armbrust ist tot. Blick da. ja ja der im haus der oder hat mich komplett gelehrt gelootet der und wir haben keine munition mehr gar nichts mehr habe ich kann in dem sind nur mit messer kämpfen wird sonst was von dem versuche ich aber ich weiß nicht ob der mich dann abschießt wenn einer um die ecke linzt ich bin in meinem haus vielleicht schaffe ich das ich schaue auf seinen leichen auf gegner seine leiche als sein kumpel wiederbelebt das rad rausgesprungen der war rausgesprungen ok jones eine eigenschaft widerstandskraft 2 gleich 100 diese zeit gleich 100 wo ist meine waffe ich mir meine waffe du sag ausgang ist in normland am ausgang hat er den getötet er hat aber alles von mir geklaut war hafbombe alle hatte geklaut das kann ich aufheben während war also wir sind von ja es sind die fähigkeit habe ich auch ich hatte mal gegner gehört er war hier oben hier oben drin habe ich natürlich durch die wand geschossen und er hat nicht damit gerechnet dass die kugel durch die wand geht einstein war auch nicht der weibung wir haben bei denen da draußen noch nicht genug ich also man kann einmal mit einer sekunde gucken und die zeit wiederholen genau ich habe die armbrust auch noch nicht das war das war das musikteil habe ich am arzt weil das ist keine musik haben es ist auch keine musik und kunstbeine auswählen ich brauche keine musik zumindest seit dem spiel der heute ja jeder hier ach so der andere wird auch verbannt ja gehen wir mal nach neuen sonst treffen noch die anderen außerdem möchte ich habe mal so hatte der was du in der hand ansonsten könnte man nehmen sie kurz warten und dann sehen wir ja wo lang die laufen aber es kann halt auch gefährlich werden dass die sagen wir laufen jetzt da oben hin oder so naja ich schau mal hier im käfer alle können die feer aufhängen aua der wund hat da eine falle aufgestellt oder wahrscheinlich hast du du hast mir nichts gesagt ich habe eine falle aufgehangen ja sorry auf ähm hatte ich dachte ich gesagt es war schon gesagt du hast eine falle aufstelle aber nicht wo ja jetzt weiß es weil da ist der tote schau mal eine sekunde ok keiner um euch rum kann ich wiederholen die sekunde der mit den links in den bogen habe ich auch noch nicht ausgeraubt dauert aber ich nichts mache die waffen wie verrückt also meine hände sind nicht an der maus der tastatur ich wechselt gerade ganz die waffen entweder hat deine maus gerade ein problem oder was auch immer oder kannst du nicht beantworten was deine maus hat okay lassen sie nach neuen abhauen die laufen nach westen oder was ist das nach süden keine ahnung nach links hat einer rechts hauen die am besten das ist besser haben wir noch die sonne die nicht blendet haben wir die muschel scherben ja es richtig aber sein und das ist ja zwar nicht heißt der von heute auf einer trotz hat ja das ist wahrscheinlich richtig aber jetzt wird einfach ein wenig mehr stützen stürzen moment denkt er welchen aber schon beutel zum aufsammeln money ja alles frei aus ja die stehen ja am ausgang hast du gesehen ja ohne wasser teufel ich habe sie noch erwischt Ach du Scheiße! Ah da ist noch einer! Ja! Also, vor uns war jetzt keins! Ja. Dann kann man hier abhauen. Hoffen wir mal, die haben zwar Schüsse gehört, aber ich hoffe nicht, dass die da warten bei uns am Ziel. Ja, gerade habe ich da nichts gesehen. Normal nicht. Wir sehen nichts. Schüsse? Oh was du hast. Da war mal noch Krach. Krach! Dann war die ja ganz schön aggressiv, er will alles töten. Ja, Mani, Mani ist da aggressiver hier. Ja. Akromanien, den bin ich auch. Komm schon. So muss es sein. Die Sonne ist noch wieder... Alles wird getötet. Sogar mein Kamerad wird getötet. Ey, what? What? Moment, ich mach meine Fragen nochmal ein Stückchen. Moment, ich mach meine Fragen nochmal ein Stückchen. Ich mach meine Fragen.